Hallo meine Lieben, hier bin ich wieder. Es hat sich nichts getan bei der Familie. Los geht's nach Portfield City. Wir hatten das Auto so zugerichtet, das gibt's doch nicht. Es ist ja unglaublich. So, fachmännisch wird hier jetzt mal umgedreht. Naja, fantastisch. So, weiter geht's. Vorbei an der Tankstelle. Grad noch auf die Seite gesprungen. Der Wolf. Guck. Ich bin wiedergelebt. Guck. Naja, ob's das so sinnvoller macht, wenn wir das Auto gleich wieder herrufen kann... sich bleibt dahingestellt fangen wir mal ein wenig den nächsten Ort jetzt ein lassen wir das Auto stehen Ziele, die Beute. Hallo. Ein Kaffee-Häuschen. Ja, ich komme ja nicht rein, ich komme ja nicht rein ins Vergnügen. Gut, schon woanders hin. Wer hat das entworfen? Zu niedrig. Zu niedrig. Wasser. Ein Abfall. Da hat sich gerade wer irgendwas angesehen, wahrscheinlich die Nachrichten im Fernsehen. Und ich dachte, verdammt, ich bin mittendrin in der Apokalypse. Apokalypse. Oh, ein Keller. Was soll ich da drinnen finden? Mit Teilteilung. Wie wäre es? Wie ist es? Ja, ich bin da. Das ist ein Foto. Ich bin da. Da ist einiges zu holen, ich habe es doch gewusst, dass ich da herfahren sollte. Schleichen brauche ich jetzt nicht, unbedingt, reicht er noch, reicht er noch nicht, nein, gut, dann wieder rauf. So, dann schaue ich nur noch kurz zum Wachtturm. Ich bin gespannt, ob ich da wieder runterfliege bei der Treppe, ah, da hat sich einer gemütlich gemacht. Na, nicht schlecht, gerade noch geschafft. Den Absprung sozusagen, gut, dann Chesterwick, here I come. Ich bin gespannt, wann mich der erste Menschwolf-Wirsch überrascht. Zombie, was auch immer, gibt es sowas in dem Spiel? Ich weiß nicht. Ein Motel. Und dann, ein Motel ist immer noch immer was im Merde. Leichen. Leichen. Essen, trinken. Leichen. Stromgeneratoren. Da ist ein gigantisches Pferd. Was? 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 Glaublich. Gleich mal einen Screenshot gemacht. Ich habe eine Hundezeitschrift, ich höre Schritte. Und es sind nicht meine, sage ich euch. So, wenn wir dann nichts wie reines Reißchen schauen, was hier so zu holen ist. Was ist die Maschine? Da habe ich mir mehr erwartet von dem Häuschen hier, so auf zum nächsten, nehmen wir das Das schaut gut aus Kochmagazin Ich bin enttäuscht Weiter geht's zu den zwei Hütten Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Tja Sorry, dass es so enden musste Na dann Ab ins Motel Das ist voll Gut Ich bin ein Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Was war jetzt? Es ist plötzlich 19 Uhr. Ich habe nur den Kasten reingesehen. Ich habe nicht in den Kasten reingesehen. Ich habe... Ach Gott, dieses... Ach ja. Das Bett hat er genommen. Dann nehme ich es gleich nochmal. Schlaf gleich zweimal bis in der Früh. Minus 10 Tage pro Stunde null. Radioaktiv. So ganz genau... Weiß ich es noch nicht, was mich dieses Spiel lehren will. Jedenfalls... Gehe ich jetzt zu meinem Auto und fahre nach... Hilden? Oder Bugsport? Schauen wir mal. Ich entscheide spontan. Genau anvisiert und richtig getroffen. So wie ich es wollte. So wie ich das... Ach komm, jetzt schaue ich wieder nur Richtung Haus und so. Ich versichere euch, ich fahre im echten Leben nicht so. 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 Das geschaut mir irgendwie interessanter aus. Was gibt's hier Schönes? Ein schnelles Auto. Sonst nicht viel, es hat einfach nur interessanter ausgesehen. Was ist Brick City, ist man? So, ich muss den Helikopter reparieren, eigentlich, Hubschrauber. Okay, 35 Metallteile, das habe ich auch schon drei, vier Batterien. Okay. Da schämt sich einer in Grund und Boden. Halt, ich wollte da rauf. Gut meine Lieben, ich werde meine Erkundungen fortsetzen und euch natürlich darüber berichten, was ich alles Fantastische und Fantastisches entdecke. In der nächsten Folge, bin ich mir sicher, passiert was ultra aufregendes. Ich hoffe ihr seid dabei und wir sehen uns wieder. Tschüss und bis bald.